Zum Wald, mal gucken. Ein Tempel müssen wir nicht mehr. Mal noch ein bisschen umgucken. Mit Quirkwall. Will ich jetzt auch nicht unbedingt. Also wahrscheinlich muss ich dann irgendwie auf die Weltkarte zurück oder so. Da geht es doch irgendwie zum Bahnhof. Genau, ich will jetzt aber hoffentlich nicht dadurch müssen. Jetzt gehen wir nochmal schnell nach Quirkwall. Ich würde nämlich gerne mal gucken, ob da noch irgendwas ist, was wir so brauchen können. Äh, ja. So ein Controller auswendig können, das gehört schon irgendwie dazu, ne? So. Sind wir hier. Lalalalalala. Ne. Da will ich nicht hin. Hm, meine Schenkel. Oh, die fette Laute. Na, ha, ha, ha. Sag mal, ich würde gerne... Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Das ist ja noch was, was mir noch nicht so ganz... ...geläufig ist. Wann ich die Claymore eigentlich nochmal anziehen kann. Oh, das finde ich bestimmt raus. Oh, Priester. Äh, Priester? Brauchen wir nicht, ja? Äh, nö. Sonst noch? Guten Tag. Haben sie Ratten im Keller? Und er wird siegreich. Okay. Ah. Ja. Was darf es denn sein? Finde ist Fusel. Grottenschratleit. Gebräu. Ich weiß nicht. Na komm. Ich weiß echt nicht mehr, was das war. Wie wäre es damit? Ist es Bier? Whisky? Wein? Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es selber nicht. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass ihr mit dem Zeug Gold richtig liebt. Okay. Gebt mir ein Glas davon. Oh Gott. Jetzt werde ich... Ah, das habe ich jetzt gebraucht. Sicher? Okay. Wir haben einen Status. Aber keine Ahnung welchen. Oh, kann ich das irgendwie einsehen? Äh, Talentliste. Ne, hier. Ah ja. Ah, guck mal. Glück, Geschicklichkeit runter. Ach, das Rüppel. Oh, das ist aber... Das ist aber nicht schön. Je stärker. Ja, ja, ist gut. Naja. Bis dahin wird das Gebäu ja hoffentlich irgendwie wieder verflogen sein. Bis wir da irgendwie zum nächsten kommen. Laden. Kaufen, kaufen, kaufen. Na? Ah. Ah. Verzeihung. Ihr scheint es hier für die örtliche Schenke zu halten. Die findet ihr ein Stück die Straße hinunter. Ja, da war ich ja schon. So, äh, ja. Ich brauche eine Rüstung. Rüstungen? Rüstungen? Euch ist schon klar, dass ihr hier den gesamten Betrag bar bezahlen müsst. Ja, leider. Ich möchte mir noch etwas anderes ansehen. Ja, lieber das. Zeigt mir eure Schwerter und Keulen. Wir bieten hier nur die besten Nahkampfwaffen an. Die sind für euch viel zu teuer. Aber wie viel Schaden mache ich denn jetzt im Moment? Was habt ihr sonst noch zu bieten? Auf Wiedersehen. In Newton gibt es einen Laden, der eher zu eurem Geldbeutel passen dürfte. Ja, das stimmt wohl, aber was habe ich denn aktuell? 5 bis 17. Okay. Haben wir uns gemerkt, was der andere hatte? Verzeihung. Ihr scheint es hier für die örtliche Schenke zu halten. Die findet ihr ein Stück die Straße hinunter. Äh, so. Ich brauche etwas für den Nahkampf. Wir bieten hier nur die besten Nahkampfwaffen an. Die sind für euch viel zu teuer. Wäre besser. Kann ich den führen? Ich kaufe mir den jetzt. Ah, ein Flegel soll's also sein, mein monetär, minderbemittelter Freund. Nicht elegantes, nein, etwas simples, handfestes. Ich nehme das Ding. Gute Wahl. Herz erwärmend zu sehen, dass ihr euch bemüht. Auf Wiedersehen. Ja, ist ja gut. Dann gibt es einen Laden, der eher zu eurem Geldbeutel passen dürfte. Danke. Danke dafür. So, äh. Ah, ja. Äh, wie? Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Sag mal, bräuchte ich da irgendwie Talent? Okay, ähm, wir haben uns das gekauft, was wir nicht benutzen können. Das war ja mal schön dämlich. Ich glaube, ich glaube, äh, ne, da würde ich nicht hin. Wir kaufen uns nichts. Ne, ne, okay, ne, es passt schon gut so. So, Karte, bitte. Halt, was? Da kommt man nicht rein. Was ist da hinten noch? Ich habe einen Cousin, der Kundschafter ist. Als ich zuletzt von ihm hörte, suchte er oben in den Bergen nach einem Grab. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich mache mir etwas Sorgen um ihn. Es tut mir leid. Lagerräume. Äh, ah, ähm, ne, ne. Na, d, äh. Nie. Macht ihr auch Licht? Nicht genug. Licht? Oh, seht ihr? Hier. Etwas Licht? Ich kann zwei Sachen gleichzeitig machen mittlerweile. Hätte denn das gedacht? Das ist ja praktisch. Ich habe eine Ruhe. Meine Ruhe. Und eine Menge Fässer. Ah, 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 ah. Äh, X. Was ist das? Ein Lied! Äh, was kam das? Äh, so, so, oder? Ach, soll ich mir erst mal die Stimme auflösen? Weil Licht ist ja schon noch nicht schlecht jetzt die ganze Zeit. So, aber damit rückt... ist das jetzt der Leibrichter? Ich werde euch beschützen. Nee, du... Eigentlich müssen wir nochmal nach Juten zurück, damit ich die ganzen Fässer hier mal... Weißt du, ich hätte vielleicht, bevor ich jetzt... Ihr wisst ja noch, beim letzten Mal habe ich ja echt mich zur Tode gekämpft. Wahrscheinlich wäre der gar nicht mal so schlecht gewesen, der Fall hier. Sieht gut gerüstet aus, sieht wahrscheinlich eine Menge aus. Hm. Ja, ich hätte vielleicht zuerst hier in Kirkwall so ein bisschen rumgeistern müssen. Naja. Soll ich das mal wieder spielen, weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. So. Jetzt, äh, Karte. Hm, da gibt es noch ein bisschen was zum gucken. Na gut, das ist jetzt hier... War ich da nicht? Ah, noch ein Lagerraum. Äh, na gut. Gucken. Was ist das so gut für mich? So. Ja genau, ihr bösen, bösartigen Fässer. Füllt mein Stahl. Oder so. Oh, so viel Fässer. Das gibt es schon ein bisschen cooles später, ne? Kiste, 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 Kiste. Und? Das ist alles, Mann. Ne, ein Artefakt. Jetzt fallst du ein Artefakt. Artefakt, Artefakt. Äh, das ist da hinten, ein Bruchstück des Liarfail, auch Schicksalsstein genannt, der angeblich die Ankunft eines Königs durch einen Schrei voraussagt, wenn er auf den Stein tritt. Als der Barde in den Besitz des Steins kam, blieb dieser selbstverständlich stumm. Ohne Scheiß. Warum, warum bekomme ich einen Troll als Sprecher? Ohne Scheiß. Äh, was ist hier? Ist es so grün? Ach, das sind wir. Oh, oh Mann. Okay, es ist, äh, ich kann mich jetzt nicht auf die Uhrzeit rausgehen, bleibt das, oder? Weil es ist erst neun oder so, oder kurz nach neun. Dann geht die Tür raus. Aha. Aber, äh, das hat bestimmt wehgetan. Ja, sehr, dem Wasser hat es sehr wehgetan. So. Jetzt bin ich dann hoffentlich auch den blöden Trank bald los. Ja gut, jetzt bin ich wieder an der verbogenen Klippe. Da muss ich eigentlich nicht mehr hin, ne? Den Heidelberg auch nicht mehr. Das war hier hinten noch. Ja gut, das war eh das, was wir schon hatten. Gehen wir noch einmal kurz nach Kirkwall. Da, wo wir ja schon hier waren. Wir hatten das. Wir hatten ihn hier hinten. Und da ganz hinten geht es auch nochmal raus. Ich muss jetzt zu diesem komischen Waldturm. Kann ich hier rein? Ne. Kann immer noch dorthin, wo diese Türen sind. Ich speihe mal kurz zwischen. Zack. So. Das da hinten sieht doch schon so danach aus, wo ich hin muss, oder? Ich würde jetzt gerne... Das war das. Was ist das hier? Finstown? Ne. Ich glaube, ich wollte nochmal nach Newton zurück. Was ist das hier? Wisst ihr, wenn ihr hier öfter vorbeischaut, dann werde ich euch bleiben lassen. Für immer. Und jetzt verschwindet! Hier, ich habe sie. So, hatte... What the fuck? Meine Geschäfte gehen so gut, dass ich einen zweiten Laden in Downby eröffne. Dank euch werde ich der reichste Mann der Stadt. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Yeah. Da ist der Fliegel... Äh, der... Streitkommel wieder drin. So, dann, äh... Wieder Retoure. Oh, Entschuldigung. Schups. Nee, schups. Nee. Ja, sorry. Ja, gib Ruhe. Lieb dich nicht mit dem... Äh, geh weg. Das war in Finstown. Waren wir da schon? Der Barde kam nach Finstown. Wo ihm freundliche Menschen... einen bescheidenen Empfang bereiteten. Da ist er! Der Bade kommt! Hurra! Hurra! Der Bade! Ganz recht. Ich bin's. Euer Held ist da. Mein Ruf ist mir wohl vorausgeeilt. Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Hör auf! Können wir uns... Können wir uns... Hallo? Entschuldigung mal. Verzeihung bitte. Also es tut mir ja schon leid, aber... Ich bin kaputt. Äh... 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 Sorry. Ist das mein... Ja genau, das mein... Das mein helle Mädchen. So. So, dann möchte ich kurz ihn schließlich in die Bade schütten, damit der wieder frisch ist. Genauso. So. Und dann hätte ich ihn wieder. Ich werde euch beschützen! Au! Treff ich noch irgendwas? Ja, anscheinend sind da noch welche, ne? Das war jetzt nicht die... sauberste Art, aber... Oh, das kann jetzt wieder ein bisschen dauern. Ah, da komme ich jetzt wieder in irgendeine... Also den einen oder anderen, da wisch ich schon, ne? Jetzt wird da noch ein bisschen Heilung angesagt. Okay. Ist mein Hund in Ruhe? Angriff! Ich kümmere mich darum. Angriff! Ich werde mich ihnen stellen. Wartet hier. Ich werde hier warten, sobald ihr mich braucht. Ich bin direkt zurück. Ich bin direkt hinter euch. Oh, wie viel sind denn das? Wahnsinn, oder? Ja, genau! Euch geht's sonst doch gut, ja? So, ein weniger. Ah, die da oben? Die sind schon krass. Ah, die da wischen wir jetzt auf, oder? Ah, jetzt kommt's noch an der Seite wieder. Ah, das klappt schon ganz gut. Er hier unten kann halt nur wenig machen. Ich glaube, ich tausche ihn mal aus. Er kann ja wenig machen, als kann er. So, und dann brauchen wir... Dann brauchen wir ein bisschen was, was Bums macht. Und das könnte er sein. Vielleicht schafft er ein bisschen was vorwärts. Wen soll ich einen Kopf kürzer machen? Angriff! Bleibt wo ihr seid! Okay. Kann er nicht, ne? Dann muss ich doch, ähm... Als... Wollen wir jetzt zurück? Ah ja, ich bin jetzt noch so. So, und dann... So, jetzt... Ähm... Jetzt wollen wir uns nicht... Die sehen jetzt zwar nicht viel aus, aber... Wollen wir noch ein bisschen heilen? Ihr braucht meine Hilfe? Ja, geht so. Das ist halt jetzt ein bisschen langweilig für euch zum Zugucken, Letzt. Aber es ist gerade so meine einzige Überlegungsschance, weil ich halt vielleicht einfach noch zu schwach bin oder so. Was ist mit ihm jetzt hier? Aha. Da habe ich den jetzt. Da habe ich den jetzt. Du bist jetzt... Du bist jetzt endlich fällig, ja? So. Ein bisschen einsammeln. Oh, das sind immer noch so viele. Jetzt müsste man schon mal eine neue Stufe. Das hat ja auch was, ne? Angriff! Visiere zieht! Angriff! Oh! Ach, mal klar, Hund. Ah, ich glaube, dass... Ähm... Unser... Wie auch immer, wie der jetzt nochmal heißt. Ich kann es jetzt gar nicht nennen. Ein bisschen zurück, bitte. Ah, ich weiß nicht, ob speichern da als Kraft gibt. Aber egal. So. So. Ja. Reiz für den Kampf! Soll uns mal wieder fliehen, aber das kriegen wir schon hin. Attacke! Angriff! Attacke! Angriff! Ja, der haut doch gut zu, oder? Ich... Angriff! Ich kümmer mich. Angriff! Ich kümmer mich. O... Angriff! Angriff! Ich kümmer mich da oben. Ich kümmer mich da oben. Allgemein! Attacke! Ich kümmer mich da oben. Na?! Kriegen wir das denn jetzt noch hin, ne? Antacke! Angriff! Ich mach mal kurz den Aufstieg, weil sonst... nervt uns das so mehr. Seid gegrüßt und herzlich willkommen, das wahren Ruf habt vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss, ein Abo hier unten, doch es ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid, wenn's schief klingt, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, ich weiß, was soll ich nur tun, wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm. Glaubt mir ruhig schon viel, was wir getan, ihr kracht hat es nichts, du mein, die wir schon haben. Und falls ihr es bisher echt auskappt und habt, dann gebt ihr euch Respekt und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist ja jetzt mal Schluss.